So, dann kommen wir zur nächsten Karma-Mission. Okay, wir sind noch immer bei 16. Ähm... Oh, da haben wir Gerüchte über Raffi. Oh! Ah, wenn wir eh grad sagen bei der Sunny, ja, wieso nicht? Ah, hehehe, geil. Hi! Oh, cool! Ah, das hört sich gut an. Oh, geil! Also, und die Mission, was halt daneben ist, machen wir ja halt auch. Hätte ich sowieso gesagt gehabt. Also, wenn es eine Mission in der Nähe gibt bei den Gerüchten, dann hätte ich sowieso gesagt gehabt. Dann werden wir da starten. Na komm, na komm, na komm, na komm, na komm, na komm. Muss ja ausgehen. Muss, 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 muss. Komm, komm, komm. Spiel dir jetzt nicht mit mir. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. die es mit gab. Und... Erspurt! Geschafft, wird!